Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns angucken, was genau eigentlich Sets sind. Sets sind eine weitere Art und Weise von Collection-Datentyp sozusagen, das heißt Array ist ein Datentyp, Liste ist ein Datentyp und Sets sind ein weiterer Datentyp. Und wir wollen uns jetzt hier mal ein Set erstellen, das heißt wir machen hier einfach eine Variable BasicSet ist gleich und das bauen wir als SetOf und dann können wir hier wieder Elemente einfügen, also 1, 2, 3 und 4 zum Beispiel. So, was wir uns jetzt angucken wollen, ich mache jetzt hier mal, ne ich lasse es erstmal so und dann gucken wir uns mal an, wie das ausgegeben aussieht BasicSet und die BasicList hier unten und hier oben können wir jetzt eigentlich wegmachen, denn mit Listen sind wir tatsächlich glaube ich durch, wow, zumindest vorläufig, wenn wir die, naja, die Verbindung zwischen den verschiedenen Dingern haben, dann kommt vielleicht noch was dazu, aber vorerst. Und wir sehen, hier haben wir einfach eine ganz normale, sieht aus wie eine Liste 1, 2, 3, 4. Jetzt allerdings die Frage, was passiert, wenn ich hier noch eine 1 einfüge und dort unterscheiden sich Listen und Sets ganz gewaltig. Denn wir haben bei einem Set immer nur automatisch, immer sobald wir was einfügen, wird es nur eingefügt, wenn es wirklich ein neues Element ist. Das heißt, ein Set ist sozusagen eine Menge an Elementen, von denen jedes Element nur einmal vorkommen kann. Das ist wie, wenn ihr mit einem 100er Würfel zum Beispiel würfelt und ihr wollt selbstständig entscheiden, also ihr wollt quasi jede Zahl einmal würfeln. Ja, dann interessiert es euch nicht, ob ihr jetzt die 100 von mir aus oder die 1 50 mal gewürfelt habt. Nein, ihr wollt einfach nur diese 1 einmal in diesem Set drin haben. Das heißt, ihr macht die 1 rein, dann macht ihr nochmal die 1 rein, weil ihr eben zweimal hintereinander 1 würfelt. Dann habt ihr 50, dann 1 wieder, dann 3, dann wieder 1 oder sowas. Und am Ende ist in diesem Set aber trotzdem nur einmal die 1 drin, sozusagen als die habe ich schon gewürfelt. Aber ihr müsst nicht darüber nachdenken, ob ihr sie schon gewürfelt habt. Das Set macht das alles direkt für euch. Ja, und das ist ziemlich praktisch. Allerdings, wenn ich hier jetzt zum Beispiel sage 4,12341, dann sieht das folgendermaßen aus. Dann haben wir hier natürlich auch die Reihenfolge, das heißt 4,123. So, das heißt, die 4 und die 1 hier hinten, die verschwinden dann halt quasi wieder. Okay, jetzt wollen wir uns aber noch die beiden anderen Sets erstellen. Und zwar einmal ein HashSet. Das erstellen wir uns als HashSetOff. Und hier machen wir mal 4,12341, genau dasselbe im Endeffekt. Und wollen uns das natürlich auch ausgeben. PrintLine, HashSet. HashSet, bitte. Und so, das sieht dann folgendermaßen aus. Hier haben wir jetzt nämlich nur 1, 2, 3 und 4. Was ist jetzt hierbei passiert? Nun, ein HashSet arbeitet intern ein klein bisschen anders. Ein Set ist sozusagen wie eine Liste, die darauf aufpasst, dass eben kein Element doppelt existiert. Ein HashSet ist deutlich schneller in allem, also quasi immer. Allerdings trotzdem, das Einfügen von Elementen ist bei beiden, also eigentlich immer bei Sets in O von 1. Das heißt, direkt machbar in einer Operation, genauso das Lesen und das Löschen von Elementen sind in einer Operation machbar. Und das ist überhaupt kein Problem. Allerdings ist das HashSet jetzt folgendermaßen. Das arbeitet intern mit einem Hashcode von diesen ganzen Dingern. Das heißt, hier wird irgendwas schnell berechnet, so schnell wie es nur irgendwie geht. Und dann sieht man hier, ah, okay, 4 füge ich ein, 1, ah, okay, füge ich ein, 2 füge ich ein, 3 füge ich ein. Und dann kommen wieder die 4, ah, die habe ich schon. Das Problem ist jetzt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ich lese die wieder in der Reihenfolge aus, in der ich sie eingefügt habe. Weil die Reihenfolge, die ist einfach verloren gegangen. Die interessiert niemanden mehr. Es interessiert nur noch, ob das Element wirklich drin ist oder nicht. Welche Reihenfolge ist völlig irrelevant und deswegen wird die auch nicht mitgespeichert. Dadurch kriegen wir nochmal mehr Performance. Das heißt, wenn euch die Reihenfolge interessiert, Set nehmen. Wenn euch die Reihenfolge nicht interessiert, HashSet nehmen, okay. Und das dritte, was wir jetzt noch zur Verfügung haben, ist das LinkedSet. Das erstellen wir als LinkedSetOff und hier können wir dann sagen, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Das ist im Endeffekt, ja, genau, das ist im Endeffekt, machen wir hier mal ein Printreihen, Printline, LinkedSet. So, das ist im Endeffekt genauso wie bei dem normalen Set. Das heißt, es merkt sich die Reihenfolge, in der ihr Elemente einfügt. Aber anders als das BasicSet arbeitet es intern auch weiter mit Hashes. Das heißt, eigentlich ist das kein LinkedSet, sondern ein LinkedHashSet, wenn man so möchte. Das heißt, man spart sich sozusagen, also man hat die Performance, die ein HashSet bietet, aber man hat trotzdem dieses Gedächtnis, das ein normales Set bietet. Das macht eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Das heißt, ob ihr jetzt ein LinkedSet verwendet oder ein normales Set, das ist für euch komplett frei wählbar sozusagen. Ja, und das ist eigentlich genau die schöne Sache hierbei. Was ich euch noch zeigen möchte, ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in mein HashSet zum Beispiel noch ein Element einfüge, wie die 4, oder machen wir mal die 3 hier, ja. Dann fügen wir mal die 3 noch ein, dann passiert folgendes. Aha, wir haben offensichtlich nichts eingefügt, weil ja die 3 schon drin ist. Mit Plus kann ich also ganz normal Elemente einfügen. Und da hierbei auch die Reihenfolge völlig egal ist, funktioniert das hier auch wunderbar. Bei anderen Elementen, oder wenn ich halt jetzt hier wieder an eine bestimmte Stelle einfügen möchte, beim BasicSet oder beim LinkedSet, dann muss ich natürlich wieder ein bisschen umdenken und das so machen wie bei Listen, ja. Aber eben BasicSet und LinkedSet trotzdem die Eigenschaft, dass jedes Element nur einmal vorhanden sein kann. Wenn ich jetzt hier natürlich eine 5 einfüge, dann merkt sich auch das HashSet meine 5. Das heißt, da ist dann einfach ein weiteres Element drin. Genau. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zu Sets erzählen möchte. Ansonsten sind die Operationen wirklich quasi dieselben wie bei den Listen. Da könnt ihr fast genau dasselbe machen, nur eben immer beachten, dass diese Dinger hier automatisch distinct sind sozusagen. Okay? Das heißt, man kann sich ein Set bei einer Liste erzeugen. Man kann auch aus einer Liste ein Set erzeugen. Man kann sich aber auch aus einem Set eine Liste erzeugen, indem man, das zeige ich euch noch ganz kurz, indem wir hier einfach sagen, Printline, nehmen wir mal das HashSet, ja, weil ich HashSets echt cool finde, können wir eine, na komm, mach's auf, eine, na Quatsch, eine Liste draus erstellen. Genau. Und dann haben wir aus dem HashSet quasi eine Liste gemacht. Logischerweise ist dann trotzdem jedes Element nur einmal drin, nur man kann es ab jetzt als Liste behandeln. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal eine 1 einfüge, ja, dann ist natürlich jetzt hier automatisch die 1 hinten dran. Das heißt, sobald ich das Ding zu einer Liste konvertiere, ist es nicht mehr unique. Also da sind die Elemente dann nicht mehr distinct. Das heißt, das kann ich jetzt verwenden wie eine ganz normale Liste. Wenn ich es jetzt allerdings wieder zu einem HashSet konvertiere, dann natürlich nicht mehr. Ich kann genauso jede einzelne Liste, also zum Beispiel auch meine BasicList, kann ich in ein Set konvertieren und das kann ich natürlich hier machen, in ein HashSet zum Beispiel konvertieren, also ToHashSet oder ToSet oder ToSortedSet. Das funktioniert dann natürlich auch alles gleichermaßen. So, ich mache das jetzt hier mal als HashSet und dann sehen wir hier, aha, meine BasicList hat plötzlich nur noch diese Elemente, die 1, die 10, die 3 und die 4. Und achtet auch hier darauf, die Dinger sind absolut unsortiert. Das kommt immer auf den Algorithmus innen drin an. Die 10 fängt mit einer 1 an, deswegen wahrscheinlich deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der intern arbeitet, der Algorithmus, aber dass es sowieso keine Sortierung geben darf, ist das im Endeffekt egal. Aber deswegen kommt hier 1, dann 10, dann 3 und dann 4. Wenn ich jetzt hier wahrscheinlich 30 einfüge, dann wäre höchstwahrscheinlich das Element 30 hinter der 3 und nicht hinter der 4. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Ne, sehen wir, das ist sogar jedes Mal anders sortiert. Also es ist nicht mal immer gleich. Das ist wirklich ein bisschen Random-Faktor auch dabei, aber hey, wen stört's, ne? Gut, und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.